Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate. Die Musik ist ganz ruhig. Aber ich bin es nicht. So. Einer schon mal weg. Bleiben nur noch 20. Keine Ahnung wie viele. Man muss es sich ja gönnen, ne? Messer geht es auszuführen. Oh yeah. Oh. Ich weite nur bis sie sich umdrehen und dann. Oh shit. Ach ich lauf immer im Winter. Oder auch nicht. Toll. Nein. Toll, bockseh'n einfach rum ey. Bist du scheiß oder was? Boom. Was machst du denn da? Ich hab zu tun. Ganz ruhig Mr. Fowler. Jetzt kann ich ihn da nicht reinschubsen ey. Ey lass mich los ja. Nein. Arschloch ey. Kannst du Hilfe? Ich kann dir jeder... Freiheit! Hey! Ich könnte Hilfe gebrauchen! Kacke. Bist du Rentner denn jetzt auf einmal? Bleib stehen! Nein. Dann müssen wir das eben so machen. Lassen Sie mich frei! Was sagten Sie? Ich würde gerne... Ich würde gerne... Ein Wagen rufen. Hör, Mädchen! Lalalalalalalala. Oh, rein da mit dir. Ich hätte jetzt keine Lust jetzt die ganze Zeit... Hol mich einer hier raus! Nein! Jetzt maul! Weiter so! So eine kleine Zwischenfesse ist doch was Schönes. Alter, was für Speed ich hier drauf hab. Freund. Gab gut! Komm schon! Nein, 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 nein! Und... Drift. Langsamer. War nicht so ein schöner Driffen. Gut, danke. Ein Gebäude weniger, das niederbrennt. Immer wieder gerne, Boy. Wow, wow. Das tat bestimmt wer, als er da durch die Kutsche gerannt ist. Wow. Richtig großes Gebiet ist weg. Und das hier mit den D, C, T und C. Die ganzen Quests, die mache ich natürlich erst, wenn dann hier auch die Hauptquests reinkommen. Eventuell. Vielleicht mache ich das auch schon früher. Ey, Soul. Bam. 2500. Männisch. Das bringt sowas von nicht, diese Dinger da zu befreien, ey. Wieso? Ach, da ist alles ein... Oh, das... Wow. Das ist alles ein Gebiet. Heftig. Aber machen wir noch. Wir sind ja erst bei drei Minuten oder so. Kriegen wir noch Logger hin. Mit dir. Ja. Das ist auch gesehen, am Wochenende, ähm, dem ganzen Mini Quest anscheinend mehr XP. Auf den Weg, wie,it ist ja. Mal los! Das, äh... Das, äh... Das brauche ich... Das brauche ich so gar nicht. Bewegung! Komm schon! Gärends ruhig. Ach komm, scheiß drauf. Ist ja hier gleich eh um die Ecke. Am letzten Meter muss ich sowieso zu Fuß. So, wahrscheinlich muss ich irgendwen befreien. Überfallpläne der Bridge verplänen. Schwer daran hindern, Versteckungshof. Alles klar, easy. Na, vielleicht doch nicht so ganz easy. Boah, Level 10, ey. Ich würde ihn ja gerne umklatschen, ne? Aber ist leider ein Brett im Weg. Das sind auf jeden Fall die Pläne. Wo mache ich das denn am besten? Oh, wie viele Spacken hier überall oben sind. Das geht ja mal gar nicht klar. Jetzt kriege ich ihn. Okay. Nee, das wird nix. Das wird nix. Oh, das sind aber schon Bilder. Aber hier oben sind echt viele. Da ist noch einer. Und dort. Zack. Okay, wer hat mich da gerade gesehen? Okay, die ist drin. Die ist mir egal. So, und jetzt noch den Speer da killen. Danach kann ich ja alle umknocken, wie ich lustig bin. Oder? Ist hier noch einer? Ja, ein Speer. Oh, ein Speer ist doch noch da. So, wo war jetzt? Kacke. Kurz mal das Ding hier holen. Na, komm schon. Das war knapp. Okay, hier ist niemand. Das sind alles Drohnen. Da ist der Tisch. Gut. Geh ich erstmal hier hoch. Hier, hier erstmal auf die andere Seite. So, jetzt verpiste ich da von dem... Fenster. Voll idiot, ey. Oh, lololololol. Oh, ne Schatztruhe. Ja, das hat er gut erkannt, dass er nicht da war. Mit guten Nachrichten geschickt. Für unsere herausragenden Leistungen bei der Kontrolle des Bezirks erhalten wir einen ordentlichen Bonus. Schön für dich. Wo ist es denn? Ach, du Scheiße. So, ne behinderte Agro-Tussi, ey. Woher will die denn hin? Das sah ja sehr elegant aus. Ah, da oben ist auch noch ein Schütze. Sicher jetzt erst. Bleibt die jetzt dafür immer stehen? Geht die nicht zurück? Oder so? Sie begutachtet erstmal, die Leichen. Ja, wer wohl? Vielleicht die Person, die du eben gesehen hast. Dumme Kuh. Na, läuft der gerade? Ne. Mädel, geh doch einfach wieder raus. Da ist der Tisch. Muss ich irgendwie auf die andere Seite gehen, oder wie? Ich verstehe jetzt nicht so ganz mit dem Tisch. Alter, die ist Mädel, ne? Am liebsten würde ich einfach eine Granate reinwerfen. Ne, das riskiere ich nicht. Irgendwer sieht mich. Du hört mich. Und da wer? Bock. Ne, der ist... Dumme der Äscher. Die Rooks haben nicht dieselben Möglichkeiten wie wir. Wir werden von dem wachsamen Auge Victor Lynch's geschützt. Und wir müssen alles geben, um unserem Anführer seine unvorstellbare Güte zu vergelten. Ah, ein Haus weiter. Da lag das Problem. Ich wäre im falschen Haus. Kann ja mal passieren. Irgendwer hört mich oder sieht mich. Oder auch nicht. Kann ich hier rein? Ja. So. Hier müssten sie irgendwo sein. Ey. Habe ich da gerade fuck off gesagt. Was für ein Arschloch. Die Speer sind auf jeden Fall alle tot. Für unsere herausragenden Leistungen bei der Kontrolle des Bezirks erhalten wir einen ordentlichen Bonus. Und das ist auch verbrannt. So. Dann kann ich sie jetzt alle ganz in Ruhe umbringen. Erfacht mit voller Wucht reinjumpen. Die von euch, die kürzlich die Ladung Sprengstoff zu Mr. Lynchs Wohnort gebracht haben, erhalten zusätzlich 30 Pfund für ihre... 30 Pfund für ihre Kids. Ist mir egal. Egal. Ja geil. Und dann passiert ja noch nicht mal wirklich was. Ich schaue mit voller Wucht rein und... Einfach gar nichts passiert. Hier ist auch irgendwo noch ne Truhe. Scheint ich im zweiten Stock. Wenn ich mir mach. Was? Hat sie auch keinen Scheiß. Zack. Dann ist hier noch eine ganz oben. Ist aber schön für dich, dass du mich hast. Zack. Und weg mit dir. Weg mit dir. Hä? Da war aber noch einer übrig. Der ist so aber nicht richtig. Wohooo. Den Quartiere abgeschlossen. Alter. Diese Mucke. Aber wie viel wir da haben ey. Das sind nur zwei Gebiete. Gut. Waren aber auch die größten. Das hier ist nochmal richtig riesig wegen dem Bahnhof. Aber hier sind es richtig große Gebiete. Das hier. Ja gut. Äh. Eigentlich sind hier alles richtig große Gebiete. Außer hier. Die. Aber die. Ist ja auch egal. Äh. In der nächsten Folge. Ich denke wir machen jetzt hier einfach ein Ding da durch. Und machen dann erst das andere. Der ist in so einem. Finde ich irgendwie so rum besser. Ja. Ja wie gesagt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Sind ja schon bei fast 16 Minuten. Bis dann. Haut da rein. Ciao. Ciao.